Studio Link. Ich erzähle mal ganz kurz nochmal für diejenigen auch nochmal, es gibt ja immer die noch Neulinge, die es nicht wissen, was Studio Link genau ist. Es ist mittlerweile auch nicht nur Ferngespräche, sondern es ist auch schon einiges dazu gebaut worden von mir. Zum einen, ja, also erstmal ist es im Kern Ferngespräche über das Internet zu führen, mit dem Fokus halt auf das Podcasting. Das heißt also Skype zum Beispiel hat ja überhaupt nichts eingebaut, um jetzt irgendwie was aufzunehmen oder halt Mehrspuraufnahmen fehlen da. Also da muss man immer sehr stark improvisieren und Studio Link ist eigentlich von Anfang an mit dem Ansatz oder war mein Ansatz dabei, wirklich Features gleich zu entwickeln, die für das Podcasting relevant sind. Ich nenne das dann, oder das läuft so ein bisschen in der Kategorie auch Audio over IP statt Voice over IP, weil es halt einfach von den Qualitätsansprüchen, die ich daran habe oder die man da in dieser Kategorie fährt, also das ist keine Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist eine Kategorie, die auch zum Beispiel im Rundfunkbereich benutzt wird, wenn man da so richtig teures Interface kaufen will. Da läuft das alles unter Audio over IP. Dann aktuell ist es so, es gibt halt zwei Varianten, wie man das Ganze einsetzen kann. Beide sind Cross-Plattform mit der Einschränkung vom, ja doch eigentlich keine Einschränkung, Cross-Plattform. Das heißt, es gibt die Standalone-Version, die ist quasi einfach Download, Ausführen, Podcasten eigentlich gedacht und das Plug-in war bisher so, das Schweizer Taschenmesser innerhalb von Ultraschall und auch unter Linux und Adur, um mehr Spuraufnahmen und Routing in allen möglichen Formen vom Audio-Interface zu ermöglichen. Dann ist letztes Jahr hinzugekommen halt das Streaming, das hatte Ralf eben schon erwähnt, ein Button in Ultraschall und man kann streamen. Der Stefan Traut hat dazu mit dem Frank eine iPhone- und macOS-App im Rahmen des Projektes PodLive entwickelt. Das heißt, eure Hörer und Hörerinnen können dann über eine App auch Benachrichtigungen bekommen und sind dann quasi auch direkt informiert, wenn ihr live streamt, was halt auch immer so ein Problem ist. Wie kriegt man, ja, die Leute zusammen, dass die auch wirklich wissen, dass da ein Stream ist. Insbesondere, wenn man spontaner podcastet. Ja, mal ein paar Statistiken. Mittlerweile gibt es, also angefangen habe ich das Plug-in zu releasen, ein paar Wochen später, glaube ich, die Standalone-Version, 5000 Accounts. Mittlerweile sind das ungefähr so 10 neue Registrierungen am Tag. Mal sind es 20, mal sind es 5, also das ist jetzt ein gemittelter Wert. Und ja, aus der Statistik sieht man es jetzt nicht so schön, aber der Donnerstag- und Mittwochabend kristallisiert sich eigentlich heraus immer. Das ist so der Podcast-Abend, an dem remote gepodcastet wird. Da sind dann teilweise wirklich, also das sind jetzt die gleichzeitigen, also maximalen gleichzeitigen Verbindungen, die an einem Tag mal gewesen sind. Das heißt also, wir reißen da aktuell in der Spitze schon über 40 Podcaster, die irgendwie miteinander verbunden sind, abends, donnerstags oder so. Am Wochenende ist interessanterweise weniger los. Weiß nicht, ob die Information hilft, aber fand ich interessant. Ich hätte es eher anders gerechnet. Ja, Studio Link on Air selbst hat circa 50 aktive Streams jetzt in den letzten 30 Tagen zum Beispiel gehabt. Ist jetzt auch gemittelt, es gibt Tage, da ist gar nichts los und es gibt Tage, da sind irgendwie fünf bis acht Streams teilweise online. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber auch da, Mittwochs und Donnerstags, kristallisiert sich da durchaus als die beiden Abende raus, die da sehr häufig genutzt werden. Ja, insgesamt haben sich seitdem 625 Podcasts quasi einmal diesen Button betätigt. Davon haben dann 71 wirklich Metadaten hinterlegt. Das sind also wirklich, wo ein Coverbild und Beschreibungen und so weiter hinterlegt sind. Die sind auch eigentlich dann auch fast alle in der Podlife-App drin. Und die kann man sich dort also quasi zusammensuchen und hören. Ja, dann habe ich jetzt mit dem nächsten Release vor, der Standalone-Version ein wenig mehr Fokus zu geben, was Features angeht. Also mein Ziel ist es halt, Podcasting für Ferngespräche auch immer einfacher zu machen. Ultraschall hat halt viele Funktionen, aber ich kann das durchaus immer verstehen, dass es vielleicht für den Einstieg etwas überfordernd ist. Und da möchte ich mit der Standalone-Version zumindest diesen Einstieg verbessern, dass man quasi sich dann hochleveln kann zu Ultraschall und dann vielleicht da gar nicht mehr so viel Angst vorhaben muss. Dementsprechend, was es allerdings nicht geben wird, es wird also kein Soundboard geben, es wird kein flexibles Routing möglich sein. Also wer da noch wirklich schon direkt mit loslegen möchte, der wird weiterhin gut bei Ultraschall natürlich aufgehoben sein und den ganzen anderen Features. Also ihr habt Ralfs Folie ja gesehen, also da kann man sich ja beliebiges auspicken. Ja, also hinzu kommt dann in der nächsten Version bei der Standalone-Version die Mehrspuraufnahme, dann automatisches N-1-Routing. Das heißt also, wenn ihr mehr als einen Gesprächsteilnehmer habt, mit dem ihr verbunden seid, dann muss ja immer das Audio irgendwie zurückgespielt werden. Das zu konfigurieren beim Audio-Interface ist schon schwierig, das in der Routing-Matrix zu konfigurieren. Das ist bei Ultraschall auch schon automatisiert. Das wird quasi dann auch in der Standalone-Version funktionieren. Das Streaming habe ich auch eingebaut. Das war jetzt eigentlich relativ einfach, weil es auf der gleichen Technologie basiert. Es wird auch endlich möglich sein, das Audio-Interface auszuwählen. Das war, glaube ich, das ist eines der meisten Features, die sich gewünscht worden sind, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Nicht ganz trivial ist, gerade Cross-Plattform mit allen Audio-Treibern ist das immer ein bisschen schwierig umzusetzen, aber es wird kommen. Und dann natürlich, klar, man möchte irgendwas veröffentlichen, dementsprechend müsste man auch mal irgendwas aufnehmen. Das wird dann aktuell, also aktuell ist es so, in der Standalone-Version geht halt nur lokales Double-Ender-Recording. Das ist halt eher so eine Backup-Aufnahme, wenn das Signal, was man in Ultraschall oder Plug-In vielmehr aufgenommen hat, jetzt nicht gut taugt für eine Veröffentlichung. Dann greift man darauf zurück, aber es wird dann jetzt auch möglich sein, komplett die Aufnahme dann im Standalone zu fahren. Und dann kann man natürlich mit einer beliebigen DAW das Audio-Material bearbeiten oder halt sich dann auf Ultraschall hochleveln. Ja, mache ich doch mal eine kleine Demo. Dann gucken wir uns auch mal ein paar Features an, die auch das Plug-In dann erhalten wird. So, das ist ein bisschen klein wahrscheinlich. Ich möchte es mal ein bisschen größer. So. Ja, das ist dann quasi das überholte Interface. Quasi jetzt so ein Frühlings-Release, ein Herbst-Release. Also insofern, vielleicht wird es auch ein Winter-Release. Ich hoffe es nicht. Und dann, ja, das neue Logo ist drin. Wer die alte Oberfläche kennt, wird schon so ein bisschen merken, dass es ein bisschen frischer daherkommt. Mein Netzteil? Ich habe kein Netzteil dran. Okay, habt ihr... Genau. Und vom Workflow her, also vielleicht einmal für diejenigen, die wirklich jetzt ganz neu sind, Studio-Link funktioniert so, dass quasi jedem Benutzer eine... Ah, jetzt komme ich hier zurück. Eine ID zugewiesen wird. Das ist die hier oben in der Ecke. Die ist quasi pro Gerät einmalig und identisch. Das heißt also beim Neustart der Standalone-Version oder des Plug-Ins ist die immer gleich. Die gebt ihr einfach ein. Also die holt ihr euch von eurem Gesprächspartner. Müsst ihr euch einfach durchgeben lassen. Und dann könnt ihr euch darüber verbinden, wie mit einer normalen Telefonnummer auch. Die trägt man quasi dann hier unten ins Feld einfach ein von seinem Gesprächspartner und dann kann man den anrufen. Ansonsten ist das Webinterface Workflow-mäßig aufgebaut. Das heißt also, man fängt natürlich hier an und wählt wahrscheinlich als erstes mal das Audio-Interface aus. Genau. Ich sehe schon Freude auf Go. Ja, genau. Und damit sind hoffentlich dann auch viele Probleme, die gerade wenn, also ein häufiger Fehler, gerade unter Windows ist es, dass irgendwie dann aus Versehen doch noch irgendwie mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen wird. Das ist uns, glaube ich, im Sendegarten auch schon mal passiert und wirklich sehr, sehr spät aufgefallen. Das ist halt so, ich kenne das selber, man ist halt im Sendemodus und ist froh, dass überhaupt alles irgendwie läuft manchmal, wenn es gerade sehr spät wird oder die Gesprächspartner wenig Zeit haben. Und dann will man jetzt, dann sucht man nicht noch lange rum und verbessert, sondern dann muss die Sendung natürlich irgendwann loslegen. Und dadurch sollte es jetzt in Zukunft zu diesen Fehlern nicht mehr kommen. Ja, ansonsten der Mono-Button, das ist immer für die Interfaces. Also wenn ihr den Effekt habt, ihr hört jemanden rechts oder links auf dem Ohr, auf dem Kopfhörer, dann bittet ihn einfach mal auf diesen Mono-Button zu drücken. Dann passiert Zauberei und das Ganze wird dann gemischt. Und ihr habt quasi dann ihn auch in Stereo oder vielmehr in Mono in Stereo gemischt. Ja, hier der On-Air-Button, da passiert das Gleiche wie unter Ultraschall draufklicken und ihr seid On-Air. Relativ unspannend eigentlich. Ja. Da kann man halt die Metadaten konfigurieren. Kann ich vielleicht auch nochmal grad zeigen, wer das noch nicht gesehen hat. So, mach ich mir das auch mal ein bisschen größer. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, dann Metadaten zu hinterlegen und seine ganze Podcast-Seite zu konfigurieren. Ich kann mal hier grad mal auf stream.studio. So, jetzt kann ich mein eigenes Projekt noch schreiben. So, stream.studio.slink.de Genau, da sieht man dann schon mal, wie das dann aussieht von der anderen Seite. Das heißt also, hier, das sind immer die letzten Streams, die gerade so waren. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier Robotik-Labor. Das ist dann die Player-Seite, wo dann halt der Livestream aktuell wird halt nichts gestreamt. Deswegen wird da jetzt nicht zu hören sein. Aber, ja, wenn da ein Livestream ist, dann kann man sich den hier abhören oder halt in der PodLive-App oder es ist ein MP3-Stream, den kann man sich also beliebig dann auch direkt über eine URL irgendwo auf einem beliebigen Gerät anhören. Genau. Das wäre also ein Air-Streaming für die Livestreamer. Dann der Rekord-Button, wie gesagt schon, das ist dann mehr Spuraufnahme, sobald man mehrere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hat. Wichtig. Und dann ist jetzt wieder dazugekommen der Chat-Bereich. Den habe ich komplett überarbeitet, sodass also ein automatischer Chat zwischen allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gerade verbunden sind, existiert. Wer das noch in einer ganz frühen Version mal kannte, da musste man irgendwie direkt anwählen und ging irgendwie nur eins-zu-eins-Gespräche. Und das ist jetzt auch überarbeitet, sodass man hier einfach dann mit allen verbunden ist. Das hat mich dann auch dazu gebracht, also der Sendegarten ist immer so mein, ja, ich meine, wo wir halt auch alle Probleme haben, die, glaube ich, die meisten auch haben. Man ist irgendwie im Gespräch, aber will den anderen nicht ins Wort fallen. Dann ist es irgendwie immer ganz cool, wenn man irgendwie so einen sanften Hinweis geben kann, beende ruhig mal deinen Gedankenfaden, aber dann würde ich gerne mal was sagen. Dafür gibt es jetzt so ein Hands-on, Hands-up-Funktion, dass ich etwas sagen möchte. Das wird dann quasi auf der anderen Seite dort visualisiert dann später und alle kriegen auch mit, wer miteinander verbunden ist. Also aktuell kriegt quasi nur der Host mit, welche Verbindungen da sind. Und in Zukunft kriegen alle auch die Information mitgeteilt, wer im Gespräch eigentlich ist und auch aber etwas zu sagen möchte oder zum Beispiel AFK ist, sodass quasi sichergestellt ist, dass man auch jemanden nicht anspricht, wenn man weiß, er ist gerade eh nicht da. Bei 1 zu 1 Gesprächen eher weniger ein Fall, aber gerade bei Gruppengesprächen führt das doch immer zu Irritationen, wenn jemand nicht antwortet. Was dadurch bedingt auch wieder dazugekommen ist, ist das Adressbuch. So, das heißt also, ihr könnt hier manuell dann einfach Kontakte eintragen. Diese Kontakte halt einfach mit Namen und dann auch direkt anrufen. Damit das Ganze noch ein bisschen einfacher wird, habe ich das so gestaltet, dass, wenn ihr quasi ein aktives Gespräch habt, hier direkt ein Shortcut drin liegt, dass ihr also quasi nur noch dann Ad und zack, Name und fertig ist die Laube. So, ja. Das sind so im Kern die wichtigsten Neuerungen an der Stelle. Gibt es da schon irgendwelche Anmerkungen, Fragen zu? Ja. Achso, vielleicht ein Mikrofon. Dimm, dimm, dimm. Wenn ich mich mute, sehen das dann auch die anderen? Dass mein Mikro stummt? Ja, also was ich mir gedacht habe, es wäre ganz sinnvoll, bei AFK gleichzeitig zu muten, weil wenn man mal nicht da ist, dann wird man wahrscheinlich auch nichts sagen wollen. Das hebt sich auch gleichzeitig gegenseitig auf. Das heißt, wenn man sich ermutet, ist AFK raus und wenn man hier irgendwie sagt Hands-on, dann ist man auch nicht mehr AFK. Also das ist schon mit ein bisschen Intelligenz dahinter. Gut. Eine kurze Frage, wenn ich jetzt in Ultraschall bringe und jemand im Studiolink Waze Hand macht, dann sehe, kann man das denn auch irgendwie im Ultraschall sehen oder muss ich dafür denn wieder das Studiolink offen haben? Weil wenn ich jetzt sozusagen derjenige bin, der aufnimmt, dann habe ich ja sozusagen meinen Ultraschall, weil ich ja auch Kapitelmarken setzen will. Geht es denn auch irgendwie ins Ultraschall rein, dass ich da dann sehe, okay, derjenige? Oder gibt es da irgendwie Planungen, das umzusetzen? Also bisher nicht. Man könnte natürlich mal überlegen, ob man vielleicht da was reinpackt, aber es ist tendenziell natürlich immer schwierig, von der Oberfläche da noch was reinzubekommen vom Platz her. Also da muss man halt immer schauen. Also Protokolle gäbe es dafür prinzipiell, aber ich würde auch sagen, der Ansatz, okay, man macht dann irgendwie ein Split View, beispielsweise den Chat zu den anderen will man letztendlich auch offen haben. Und dann hast du halt auf der einen Seite hier Studiolink Interface und auf der anderen Seite das Recording Interface. Man sollte die Sachen auch nicht überfrachten, finde ich, jeweils. Zwei Fragen nochmal. Gibt es da die ganzen schicken Sachen auch im Plugin? Und zweite Frage, was ist denn aus dieser tollen Box geworden? Komme ich gleich nochmal drauf zu wegen der Box. Plugin hatte ich eben kurz erwähnt, vielleicht ist es kurz untergegangen, genau. Alles, was Chat und so weiter, jetzt diese allgemeinen Features, die sind dann auch im Plugin mit drin natürlich. Ich sage es auch gerne mal ins Mikrofon. Also vielleicht gibt es ja auch die Chance für so einen Mini-Player, den man dann einfach, wenn man das Fenster sozusagen klein klickt, wie so ein Mini-Player dann rechts in der Seite hängt, sodass du drauf gucken kannst, aber parallel eben einen Studiolink aufhast. Ich weiß nicht, wie aufwendig sowas zu programmieren ist, aber ich glaube, so mit iTunes und so gibt es ja auch diese Mini-Player, die dann irgendwie dann im Vordergrund sind, ohne dass sie dich groß stören und kriegst trotzdem alles mit. Ja, man müsste da mal definieren, was man da wirklich dann sehen will. Also möglich ist das, garantiert, aber ja, muss ich mir mal ein paar Gedanken zu machen mit Ralf auch, was wir da vielleicht sehen wollen und was er nicht. Ich habe eine Frage. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Studiolink im A-Dur einzubinden. Ja. Hat sich daran was geändert oder ist das gleich geblieben? Das ist gleich geblieben. Also wenn ich das Plugin release, dann ist es eigentlich für alle Plattformen immer dabei, auch für Linux. Manchmal hakt es ein bisschen unter Linux mehr, weil halt die verschiedenen Distributionen kann ich nicht jedes Mal alle durchtesten, aber ich versuche das schon immer, so gut es geht, gerade mit OpenSSL, gibt es da manchmal so ein paar Konflikte. Wenn da Probleme sind, einfach mich kurz anschreiben in der Regel. Entweder ist es mir schon bekannt, dann habe ich irgendwie schon eine Version, die ich euch schicken kann oder ich fixe das dann. Also ja, also das bleibt eigentlich auch noch die Plattform, um das zu nutzen. Ja. Unabhängig von der UI, wie sieht es denn mit HTTP-Livestreaming aus? Ich frage dafür einen Freund. Ja, im Prinzip ganz gut. Ich habe da schon mal ein bisschen worum experimentiert. Werde ich wahrscheinlich irgendwann jetzt mal aktivieren, testweise. Das sollte sich kurzfristig machbar machen. Also in den nächsten paar Wochen, denke ich, könnte man da schon mal was testweise rausgeben. Ich habe eine Frage zur Stabilität. Was WLAN und schlechte Internetverbindungen angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da dann ganz schnell Studio Link zusammenbricht, beziehungsweise für zu Hause nutze ich jetzt immer schon ein LAN-Kabel. Ja. Gibt es da irgendwie Verbesserungen oder ist das immer noch? Das wird sich jetzt verbessern. Daran arbeite ich. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt diesen Standardpack unter macOS, der irgendwie seit Version nicht rauszukriegen ist von WLAN-Treiberseite, wo wirklich bis zu einer Sekunde teilweise das Netzwerk verloren geht. Wenn man zum Beispiel die Spotlight-Suche aufmacht, da werde ich leider dann auch nicht viel gegen ausrichten können. Also da heißt es dann lieber mal Finger weg vom Spotlight und irgendwie Internetsuche, das kann schnell mal zu Problemen führen. Und das ist aber auch meistens ein Problem unter macOS. Ansonsten passiert es meistens bei WLAN, nur wenn man irgendwie so zwischen schlechter Empfang, guter Empfang schwankend ist. Das ist zum Beispiel auch ein Problem. Aber ja, ich arbeite daran und ich weiß, dass da Probleme sind und das versuche ich zu verbessern. Okay, du hast, glaube ich, noch ein paar Folien. Ich habe noch ein bisschen was genau. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt die nächste Runde und dann können wir noch eine Zeit für weitere Fragen haben. So, dann wechsle ich mal wieder den Modus. So, genau. Damit waren wir jetzt durch. Demo. Ja, das Tolle. Es ist auch eine mobile Variante in Arbeit. Zum Beispiel für Android ab 4.4 baue ich es gerade. Das sind ungefähr ca. 90% der Geräte. Dann iPhone, iOS ist auch in der Entwicklung. Noch nicht ganz so weit wie die Android-Variante, aber ist auch durchaus in der Mache. Dann, das soll eigentlich primär für eure Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sein. Das heißt also, gerade die erste Version wird jetzt wirklich nur darauf reduziert sein, jemanden einzubinden. Das heißt also, da wird es keine Host-Funktionalitäten geben oder Ähnliches. Das ist wirklich sehr reduziert. Ich zeige da gleich nochmal ein bisschen was schon, damit ihr überhaupt Personen reinholen könnt, die vielleicht entweder keinen Rechner haben, nur ein Smartphone oder unterwegs sind oder Ähnliches. Ich denke, das wird auch nochmal einen ganz schönen Bereich öffnen, wo man jetzt wirklich nochmal Formate starten kann, die vielleicht ansonsten gar nicht funktionieren würden. Dann, genau, ich werde dazu dann zu entsprechender Zeit, ich denke mal, ich habe jetzt noch ein, zwei kritische Bugs, die ich zum Beispiel unter Android fixen muss und dann werde ich mal so eine kleine Beta-Alpha-Phase starten, wo ich dann einfach auch mal ein Gefühl für kriegen möchte, wie funktioniert es wirklich da draußen, bis auf meinen Testgeräten. Ist ja auch immer noch eine andere Sache und dazu gehe ich dann einfach im Sendegate, müsst ihr mal gucken. Und auf Twitter werde ich es dann raushauen, wenn es soweit ist, und da einen Aufruf starten. Ich schätze mal, dass das in den nächsten ein, zwei Wochen könnte das durchaus der Fall sein. Gucken wir uns das Ganze doch mal gerade schnell an. Dann, so, das ist jetzt quasi, achso, ich sehe das hier nicht. So. Ja, okay. So. Genau, eigentlich relativ unspannend. Das ist die App, die ist halt da, die ruft man auf. Eine ID wird angezeigt, die ruft ihr an und es wird automatisch angenommen. Die könnt ihr auch einfach markieren und dann kann euer Gesprächspartner die teilen oder halt kopieren, wie auch immer. Ja, das war es eigentlich schon. Dann seid ihr verbunden. Es kommt natürlich noch ein Mute-Button dazu, der fehlt jetzt hier noch. Und vielleicht noch das eine oder andere Feature, was man dafür noch braucht. Aber im Prinzip soll es genau so einfach sein erst mal. Ich denke, in Zukunft werden wir dann auch so native Funktionen da einbauen, die zum Beispiel jetzt von denen, dass es halt wirklich wie ein Telefonanruf aussieht vielleicht. Da gibt es mittlerweile APIs zu. Das kommt aber erst so in der zweiten Stufe. Mir war es jetzt erst mal wichtig, dass das Ganze erst mal relativ einfach läuft und ich auch ein Gefühl dafür kriege, wie es überhaupt funktioniert. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn das aktiv getestet wird. Ja, kleine Demo. Gar nicht viel zu zeigen. Aber schauen wir mal. Ich denke, das wird noch mal ein ganz schöner Bereich. So, das war es dann schon zu der Demo. Es sei denn, es gibt da jetzt konkret schon mal Fragen zu. Weil dann wäre ich auch, dann machen wir zu Ende noch mal kurz. Dann gehe ich noch mal schnell in die Präsentation. Also viel kommt jetzt auch nicht mehr. Genau, Mobile hatten wir durch. So, genau. Nochmal das Zahlungsmodell. Ich sage es noch mal, also angestrebt ist halt ab einem Euro pro Jahr. Das ist nicht kostendeckend. Kostendeckend wären ungefähr 60 Euro pro Jahr. Ich denke, das ist jetzt quasi so, wenn jetzt die Standalone draußen ist, die neue, die Android- und iOS-Varianten draußen sind und einigermaßen keine kritischen Probleme mehr da sind, ist das halt so von der Reihenfolge das nächste, was kommt, dass ich dieses Zahlungsmodell dann aktuell aktiviere. Aktuell läuft es halt so, dass es halt kostenlos nutzbar ist. Es entstehen keine Kosten. Ihr könnt es einfach nutzen, probieren und mir auch gerne Feedback geben, wenn irgendwas nicht funktioniert natürlich, auch wenn es noch nichts kostet. Dann, eben wurde es schon angesprochen, die Box. Das ist quasi dann so erst das nächste Schritt. Also ich habe jetzt die Priorität ein bisschen verschoben, weil ich schon denke, dass die Software-Varianten und gerade jetzt die mobilen Varianten, das ist das, was wesentlich wichtiger ist, erst mal zu haben. Die Box ist halt nach wie vor auch mir sehr wichtig, aber es ist noch mal, ich bin auch noch am Überlegen, wie man welche Features in die Box noch einbaut. Vielleicht überspringe ich da schon eine Stufe. Also das Endziel ist zum Beispiel bei der Box auch wirklich ein Audio-Interface mit drin zu haben, das integriert ist. So dass man also kein Audio-Interface bei der Box anschließen muss. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Aber das ist so wahrscheinlich dann, wenn das mit dem Zahlungsmodell und alles läuft, so ein bisschen dann erst ein Thema für mich geworden, weil es einfach zeitlich anders nicht möglich ist und ich habe die Prioritäten jetzt so ein bisschen verschoben an der Stelle. Ja, dazu dann hoffentlich mehr zur Subscribe 10 oder vielleicht X. Mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, vielen Dank. Fragen jetzt. Ich fange mal ganz frech mit einer ersten Frage an. Und zwar, was ja so aus Studio-Perspektive bei diesen ganzen mobilen und Standalone-Lösungen immer das Primärinteresse ist, ist ja schnell Leute, die sich da mit der Technik nicht groß auskennen, qualitativ mit dem Studio zu verbinden. Das heißt, man hat auch ein extrem hohes Interesse, da möglichst wenig Schritte auf der anderen Seite ausführen zu müssen. Und das fängt ja auch schon mal beim Download an. Standalone ist ja derzeit noch so eine Kommandozeilen-Version. Oder? Hat sich da jetzt gerade irgendwas getan, was ich passiert? Also unter macOS ist es schon, also was heißt vollwertige Applikationen, es startet halt ein Webinterface. Das ist aber nur, das ist nur lokal. Also das heißt, es ist ein lokaler Browser-View. Die App startet ganz normal wie jede App auch in der Task-Leiste unten. Achso, aber es ist schon mit App-Icon und so weiter. Okay, alles klar, das wäre der erste Schritt. Das zweite wäre quasi so eine Easy-Deployment-Geschichte. Also was ich ganz pfiffig fände, ist, wenn ich jemandem einfach einen Link schicke, der dann quasi mit spezieller Aktivierungs-URL dieses Ding mehr oder weniger automatisch startet und dann auch mit den notwendigen Metadaten versorgt. Also hier musst du anrufen. Du musst das ja eigentlich nur noch, du musst auch nicht mal einen kryptischen Zahlencode durchgeben, den man ja auch noch mal daneben kriegen kann, sondern man klickt auf den Link, das Ding geht auf und dann steht da nur noch Call, Meta-Ebene, ein Button und fertig. Ja, das spielt so ein bisschen in Web-RTC wahrscheinlich mit rein, was du jetzt ansprichst. Da habe ich auch schon... Nur so eine lokale Konfiguration der App, dass die sich quasi aus der URL ernährt. Achso, das heißt, du als Host gibst quasi eine eigene App quasi raus, die du verschicken kannst als Download-Link. Sagen wir mal so, es gibt quasi eine Konfigurations-Datei, so eine Punkt-Studio-Link-Datei, in der ein bisschen XML steht, mit irgendwie Telefonbuch von Meta-Ebene ist sowieso. Ich lade diese Datei im Browser runter, mache dann Doppelklick, da startet die App und dann hat sie quasi alles schon da. Am besten noch mit Remote-Kontrolle, dass du das Audio-Interface vom Gesprächspartner dann auswählen kannst. Das ist jetzt invasiver, als ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber... Nee, aber einfach, um dieses ganze Konfigurationsproblematik mit wo rufe ich jetzt an, einfach zu erledigen und dass ich auch nicht irgendwas vorgelesen bekommen werden muss, weil mir ist es ja egal, wie die Adresse ist. Ja. Zweite Anmerkung noch, ich gebe das Mikrofon gleich weiter, keine Ahnung. Auch wenn ich nicht dafür bekannt bin, das zu tun. diese Nutzung von dem Stream hat für mich immer so ein bisschen das Problem, ich starte den Stream und dann ist der Stream gestartet und dann sehe ich erst, welche falschen Metadaten ich da untergebracht habe. Da wäre es mal wert, darüber nachzudenken, das quasi anders zu stagern, dass man sozusagen erst mal so ein Interface bekommt, wo ich erst mal sicherstelle, dass alles richtig ist, weil sonst läuft der Stream, dann muss ich ihn wieder beenden und überhaupt dieses Ändern von Metadaten, was den Stream beendet ist, ein bisschen annoying. Also ich denke, da könnte man noch mal mehr für die User Experience tun. Genau, also da ist vieles geplant, wenn halt dieser zentrale Account kommen wird, wo auch die Bezahlung dann drüber stattfindet. Darüber kann man dann natürlich die Authentifizierung machen. Aktuell ist es halt wirklich komplett anonym auch für mich. Also ich weiß nicht, wer etwas nutzt oder hinter einer ID steckt, außer, dass ich halt mal irgendwann die IP-Adresse sehe, die ich dann aber auch nicht logge. Also insofern ist mir das dann an der Stelle natürlich schleierhaft. Und allerdings könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß nicht, wäre es für dich eine Option zu sagen, dieser Login, um auf diese dedizierte Streaming-Seite zu kommen, als Link abzuspeichern? Wäre das schon mal so ein Zwischenschritt für dich, dass du dann von jedem Rechner aus diesen Link bearbeiten kannst, um die Metadaten zu befüllen? Da bin ich sicher, dass ich das verstanden habe. Naja, also die Authentifizierung der Streaming-URL ist relativ einfach. Das ist nur ein langer Link, den du anklicken musst. Der wird quasi für dich aufgerufen, wenn du das Streaming-Plugin startest. Das heißt, die könntest du dir auch quasi wegspeichern. Die könnte ich ja im Webinterface anzeigen und dann könntest du dir diesen Link als Favorit oder so markieren. Ja, Details. Also grundsätzlich fände ich es schön, mehr quasi auch da über die Cloud vorzubereiten, dass ich vor der Sendung schon alles vorbereiten kann. Das ist ja eigentlich immer, in dem Moment, wo ich diesen Button starte, das hast du vorhin auch schon angesprochen, in dem Moment bin ich so im Sendungsmodus, da kommt es irgendwie auf jede Minute an. Und das Letzte, worüber ich mir Gedanken machen will, ist richtige Metadaten in so einem Stream, den ich jetzt gerade gestartet habe. Und das ist immer so ein Killer in dem Moment. Und das Vorbereiten und dann nur noch aktivieren, wenn man sich sicher ist, dass alles fertig ist, wäre wahrscheinlich wünschenswert. So, jetzt erstmal hier weiter. Danke, ich habe nur eine kurze Frage. Das hattest du das letzte Mal angekündigt, dass du unterschiedliche Standorte noch planst, dass man auch mal mit jemandem außerhalb Europas sprechen kann. Wie ist da der Stand? Also du kannst one-to-one ohne Probleme außerhalb Europas oder sprechen, das geht. Was ich jetzt im Hintergrund noch ausrolle, ist halt wirklich diese Tatsache noch, dass halt quasi, wenn jemand in den USA sitzt und nur in den USA sitzt und dort zwei, drei Gespräche führen will mit lokalen Personen, dann ist das aktuell garantiert von der Lettence noch nicht ganz so optimal. Das kommt noch, ja. Diese automatische Rufannahme hätte ich dann auch gerne als Option in der normalen Version. Kommt. Weil im Zweifelsfall, wenn ich StudiLink aufhabe, dann während ich Podcast und gibt dann auch noch andere Ansatzzwecke, die man dann damit erfüllen könnte. Okay. Ja. Ich habe eine Frage zur App, also zur mobilen App. Wie sind da die Ansprüche, was die Verbindung angeht? Weil mein Handy kann ich schlecht an Ethernet-Ladenkabel anschließen und manchmal sitze ich im schlechten Hotel-WLAN. Das wird wahrscheinlich dann auch nichts werden. Also gerade Hotel-WLANs sind natürlich immer auch Uni-Netzwerke, die irgendwie dicht gemacht sind. Da habe ich auch noch was in der Hinterhand, quasi so einen automatischen VPN-Tunnel, der dann irgendwie über HTTPS. Das ist ein bisschen tricky, darüber Audio zu kriegen, dass es auch gut klingt. Aber ich kann mir da schon das eine oder andere vorstellen, das Protokoll ein bisschen zu vergewaltigen. Aber das könnte klappen, ja. Man kann iOS-Telefon jetzt auch an Internet anschließen übrigens. Okay. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, damit ihr nämlich ein bisschen Zeit habt, für den nächsten Slot noch eure nächsten Workshop-Räume zu suchen. Ich würde sagen, bis hierher. Vielen Dank, Sebastian. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.